hallo meine freunde seid mir gegrüßt hier mal ganz kurz der eichenkönig am start ich habe gerade mal so auf meine abonnenten geguckt und wir haben jetzt die 900 geknackt das heißt ich freue mich und es sind nur noch 100 bis zu den 1000 abonnenten und krass also das hätte ich nie gedacht geglaubt noch ersehnt gewagt zu wünschen dass das dass ich so viele abonnenten mal irgendwann bekommen werde freue ich mich übelst drüber und für die die schon länger dabei sind ihr wisst ja was bei 1000 passiert wenn ihr das noch wisst schreibt gerne in die kommentare für die die es nicht wissen die müssen dann halt die kommentare lesen ja da wollte ich mich bloß mal kurz melden dass ich mich tierisch freue jetzt geht es noch schnell bis zu den 1000 und dann gibt es halt ein schönes video noch dazu und eben das was ich versprochen habe ja und ich möchte mich auch ganz liebe danken für all die abonnenten die eben schon von anfang an dabei sind die mir so lange schon die treue halten und natürlich auch danke an die neuen die sich gesagt haben mensch den kunden den können wir mal abonnieren der fetzt irgendwie ist schön dass ihr da seid ist schön dass er meinen content mögt den ich so produziere und vielen vielen herzlichen dank an der stelle aber das große dankeschön kommt dann auch noch mal wenn dann die tausend erreicht sind da gibt es bestimmt mal so 1 2 3 4 videos dann dazu weil das wirklich der hammer ja wer also noch was dafür tun will dass es schneller geht der kann gerne meine videos teilen und noch freunden bescheid sagen guck mal der eichenkönig der ist ganz cool oder auch nicht ja auf jeden fall freue ich mich sehr darüber dass wir jetzt an der 900 sind und demnächst die 1000 das ist schon wahnsinn hätte ich nie gedacht in meinem leben dass das mal so weit gehen wird ok das soll es jetzt bloß kurz gewesen sein wir sehen uns im nächsten video wann das kommt weiß ich nicht aber sobald die tausend sind dann sehen wir uns auf jeden fall wieder bis dahin meine freunde gehabt euch wohl euer eichenkönig macht's gut ciao